Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute zeige ich euch, wie ihr eine leckere, cremige und auch basische Lauchsuppe hinbekommt. Mehr Informationen zum Thema basische Ernährung findet ihr auf unserer Webseite zdg.de. Dort könnt ihr auch unser Rezeptbuch Basenüberschüssi kochen bestellen. Nun aber erstmal zur Lauchsuppe. Als erstes schneide ich den Lauch. Den habe ich schon mal längst aufgeschnitten und gewaschen. Ihr könnt ihn natürlich auch erst schneiden und dann waschen. Als nächstes gebe ich etwas Olivenöl in einen Topf und erhitze es. Nun kommt der weiße Teil vom Lauch in den Topf und auch der Sellerie. Nach vier Minuten kommt der Knoblauch und die Kartoffeln dazu. Und ich lösche gleich mit Gemüsebrühe ab. Nun lasse ich das Ganze aufkochen. Das Ganze kocht nun schon. Jetzt gebe ich etwas Muskatnusspulver dazu. Ein Lorbeerblatt. Etwas Pfeffer. Und ein wenig Salz. Die Suppe lasse ich nun 15 bis 20 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit dünste ich schon mal den grünen Teil vom Lauch in der Pfanne an. Ich gebe ein wenig Olivenöl in die Pfanne und erhitze es. Die grünen Lauchstreifen dünste ich nun für ungefähr 5 Minuten an. Die Suppe hat nun fertig gekocht und ich entferne das Lorbeerblatt. Die Suppe wird nun im Standmixer fein püriert. Als nächstes kommen die Edelhefeflocken mit in den Topf. Zwei Esslöffel Tamari. Der Senf. Und das Mandelmus. Das verleiht der Suppe noch einen extra cremigen Geschmack. Nun verrühre ich alles gut. Da darf jetzt noch etwas Pfeffer dran. Und für meinen Geschmack darf dann noch ein bisschen Räuchersalz mit dran. Perfekt. So, wir können anrichten. So, jetzt geht's ans Probieren. Ich habe außerdem noch ein paar Krutus zubereitet. Hier ein kleiner Hinweis. Wenn ihr die Suppe mit dem Krutus esst, dann ist das Rezept nicht mehr basisch. Ein Hammer Geschmackserlebnis. Also wahrscheinlich die beste Lauchsuppe, die ich je gegessen habe. Also wirklich fantastisch. Und dazu auch noch sehr gesund. Dieses wunderbare Rezept ist unten in der Infobox verlinkt. Und ihr findet es auf unserer Webseite. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.